Wer im Rhein-Main-Gebiet etwas ganz Besonderes für seine Familienfeiern, Kindergeburtstage oder Betriebsfeste sucht, der wird im Spektakulum in Oberursel schnell fündig. Seit nunmehr acht Jahren bringt Geschäftsführer Ralf Jörke seinen Gästen in den rustikalen Räumlichkeiten das Mittelalter näher. Er weiß, was ankommt. Die Gäste sollen in einer urigen, rustikalen Atmosphäre, in einer echten Erlebnisgastronomie, sich fernab der Hektik dieser Zeit wohlfühlen, zurücklehnen, rustikal gefertigte Speisen, handwerklich saubere Speisen genießen können, sollen einfach die Freizeit, die kostbarste Zeit genießen dürfen. Ob Bowling, Billard, Kicker oder Dart, im Spektakulum kommt jeder auf seine Kosten. Ganz besondere Highlights sind die Mittelalterabende. Unter dem Motto Bowlerei, Sauferei, Fresserei verbringen die Gäste einen wundervollen Abend in den urig-gemütlichen Bauernstuben. Da lässt es sich der Chef auch nicht nehmen, ganz persönlich eine der riesigen, leckeren Platten an die Tische zu bringen und die mittelalterlichen Köstlichkeiten zu servieren. Neben der deutschen Küche, die wir den Gästen hier im Spektakulum reichen, servieren wir natürlich auch regionale Spezialitäten, unter anderem Hirsche aus dem Taunus, gebackene Hirschkoien, die wir flambiert servieren. Eine absolute Spezialität ist das Spanferke hier aus dem Taunus, das wir in atemberaubenden Flammen in abgedunkelter Atmosphäre servieren. Bei einer echten Mittelalterfresserei darf die gute Unterhaltung und ein kurzweiliges Rahmenprogramm natürlich nicht fehlen. Deshalb sorgen Gaukler, Feuerspeier, Sackpfeifenspieler und Trommler für die richtige Stimmung. Wenn auch Sie jetzt Lust bekommen haben auf einen Nachmittag oder Abend, den Sie so schnell nicht vergessen werden, dann besuchen Sie die Webseite des Spektakulums unter www.spektakulum-oberursel.de oder wählen Sie die 06171 98 9480.